Und er kommt da! Wo siehst du deine Stärken? Natürlich kann ich, glaube ich, auch die Bälle gut weiterleiten, verteilen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist schon bei uns, herzlichen Glückwunsch. Ein Triplerfolg für Sie, Meister, Cupsieger und Torschützenkönig. Die schönste... Torschützenkönig. Torschützenkönig. Torschützenkönig auch noch. Was ist Torschützenkönig? Die meisten Tore und Vorlagen. Achso, und die Assists. Okay, Entschuldigung, das hätte ich schon fast unterschrieben. Quattrofoni. Ja, vielleicht schaut es bei mir nur wieder ein bisschen eigen aus, wenn ich vielleicht mal einen Ball verstolpere oder so, wie bei einem Spieler mit 1,60 Meter. Das ist natürlich bei einer Körpergröße von 2,02 Meter, schaut das natürlich dann anders aus, was die Koordination betrifft. Aber... Aber... Viele Leute sagen, ich kann nicht Fußball spielen. Mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen. Aber... Aber... Untertitelung des ZDF, 2020